Also ich bin Eugen. Ich versuche jetzt mein Avian zu streben. Ich bin jetzt auch bald fertig in zwei Jahren. Das ist auch sehr wichtig, dass ich erstmal so die Schule mache. Aber nebenbei mache ich das natürlich gerne. Also am Wochenende, irgendwie nach der Schule. Aber wenn jetzt ein Tag in der Schule aushält, ist es ja auch nicht gerade sehr dramatisch. Wenn er sagt, ich springe in die Luft, dann mache ich das natürlich. Also es ist ja nicht so, dass man sich da irgendwie blamiert, sondern man macht, was er will. Sozusagen er führt die Regie und du bist das Model. Yves Saint Laurent, der ist ein toller Mode-Designer, der leider jetzt auch verstorben ist. Aber es ist auf jeden Fall immer schön, was für ihn zu machen.